Was war das denn jetzt? Münze! So, und Teppah! Ich will da hoch, dann geh ich halt hier hoch. Ja! Geschafft! Nein! Komm schon, ich will doch nur... Ey! Ich kann echt... Ich kann das nicht mehr. Nein! Das ist ein Blind... Ey! Ey! Ich beiß dir gleich in die Hand rein? Ey! Ach, jetzt hör auf damit! Was soll denn der Scheiß? Wegen dir ist jetzt die Pflaste hängen geblieben. Das ist nicht mehr lustig! Echt? Feuer brennt? Das hab ich gar nicht gewusst! Habt ihr das gewusst, dass Feuer brennt und dass ich hier jetzt runterfalle schon wieder? Ich bin so schlecht! Ich bin so schlecht wie ein Turnschuh! Ich bin so schlecht wie ein Prinz, der da nervt man den Geist. Ich bin dem Rücken! Ja, Kira! Oh! Es war... Das ist ein feierlicher Moment, Leute. Nein, du doofen. Du bist doch scheiße. Das ist bescheuert. Ich wollte feuer... Wir haben beide 20 Sterne, das heißt, wir gehen jetzt raus. Weil mir ein Vögelchen etwas gezwitschert hat. Ganz genau. JAHU! Geil. Ja, und? Ich will dahin! Hallo, Yoshi! Yoshi? Yoshi, ich will dich haben! Hey Mario, seit unserer letzten Abenteuer ist viel Zeit vergangen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Man erzählte mir, dass ich dich hier treffen könnte. Aber ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ja, ich bin ja auch jeden Tag auf dem Dach. Ähm, ist es wahr, du hast Bowser besiegt und eine gestolte PowerShell zurückgekommen? Äh, nicht ganz. Ähm, unglaublich! Äh, Yoshi? Äh, die Prinzessin? Du hast die gerettet? Äh, nein, irgendwie nicht. Aber, äh, cool, aber ich wusste natürlich, dass du es schaffen würdest. Ich hab sie doch noch gar nicht gerettet! Nun habe ich noch eine ganz spezielle Nachricht für dich. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast. Ich hab die Nachdresse nicht gerettet! Was redest du da für ein Blödsinn? Was? Deswegen hab ich gesagt, dass du es nicht rauskriegst. Ja, ist doch jetzt egal. Du hast jetzt alle Sterne gefunden, damit, äh, das Spiel beendet. Aber wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Wir hoffen, sie wird gefallen. Und du kannst das Spiel nochmals unter veränderten Bedingungen spielen? Uuuuh! Es könnte sein, dass du dabei neue Entdeckungen machst, äh, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind. Da Super Mario 64 Team. Aha. Äh, unendlich leben! Ja! 100 Leben! Ey, Yoshi, ich will auf dir reiten! Äh. Äh, äh, das ist nicht lustig. Huiiii! Huiiii! Lalalalala... 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 Das macht ja so einen Spaß! Huiii! Wo ist Yoshi hin? Ist er da reinge... Ich will Yoshi wiederhaben! Ich will auf ihm reiten! Hä, was ist das? Ach so. Ach ja, genau. Okay, Leute! Dann gehen wir jetzt zu Bowser und machen ihn platt. Doch! Da, ja, den, den, den... Da, 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 dat, da, 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 dat... Oh. Nein! Oh. Cool! Ich glitzer ja! Cool! Ich glitzer ja! So, jetzt gehen wir wieder zu Bowser! Wir gehen jetzt zu Bowser, wir gehen jetzt zu Bowser, wir gehen jetzt zu Bowser! 120 Sterne! Hä? Jetzt geht's um die Bank, aber wir gehen noch mal raus und fahren. Äh? Äh, was willst du? Also, ich geh rein und jetzt? Geht's um die Bank, da ist etwas weiter hoch. Hä? Ja, da ist etwas weiter hoch, da ist es da. Und dann kommt man dort bis hin. Ja! Wut! 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 Nein, der watch Lucas. Töne! Frau Boss! Töne! Polo. *** Sie wurden oder ... fragungszeichen auf die Quartierung. Fail. Nein, die roten Münzen habe ich ja schon alle. Ach, den Trick kenne ich schon. Ey, wieso mache ich das? Wieso macht er das denn nicht? Scheeten macht Spaß. Naja, scheeten. Quitschen, fein und so. Quietsch! Oh, ja klar. Die war aber vorher nicht da. Oder doch? Hab ich sie noch nicht gesehen? Die kann man sich doch irgendwie hochsheeten, das weiß ich. Fuck. Na egal. Geh ich halt den regulären Weg. Ich mag die Musik. Geh ich hin. Genau, Fall in den Tod Mario jedenfalls. Wow, 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 wow. Nee, das wollte ich nicht. Ich bin dem Brötke. Oh, ich bin so schlecht. Nein. Ich bin dem Brötke. Ja, 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 ja. Wieso bin ich so schlecht? Wieso bin ich so schlecht? So schlecht. So schlecht. So unbeschreiblich schlecht. So schlecht war ich noch nie. Ich schon, wie du siehst. Miep, 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 miep. Ich mach so viele Sprünge, wie ich will. Ich muss zu Posey meine verpassen. Okay, Leute. Jetzt kommt das.